Ich stehe um Mitternacht auf. Gibt es hier WLAN? Sie macht einen Termin beim Arzt. Sie macht einen Termin beim Arzt. Er macht das Bett jeden Morgen. Meine Zähne tun weh. Ich warte vor dem Restaurant. Ich warte vor dem Restaurant. Ich lege die Zeitung auf den Stuhl. Ich lege die Zeitung auf den Stuhl. Wir gehen auf einen Spaziergang. Ich laufe im Park. Kann ich hier mein Auto waschen? Kann ich hier mein Auto waschen? Sie läuft zur Schule ohne Rucksack. Ich bin gegen das Rauchen. Ich bin gegen das Rauchen. Ich sitze auf der Bank im Garten. Ich sitze auf der Bank im Garten. Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ich verlasse das Büro um Mitternacht. Ich verlasse das Büro um Mitternacht. Kann ich hier mein Fahrrad parken? Kann ich hier mein Fahrrad parken? Ich spiele mit meinem Handy. Ich spiele mit meinem Handy. Ich gehe zum Arzt. Ich laufe den Fluss entlang. Ich laufe den Fluss entlang. Wir machen einen Ausflug ans Meer. Ich brauche einen Dolmetscher. Ich brauche einen Dolmetscher. Ich gehe durch den Flur. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Wir gehen im Supermarkt einkaufen. Wir gehen im Supermarkt einkaufen. Ich koche das Abendessen ohne Salz. Ich koche das Abendessen ohne Salz. Mein Vater macht das Frühstück. Mein Vater macht das Frühstück. Ich gehe in die Kirche. Ich gehe in die Kirche. Ich mache einen Kuchen für den Geburtstag. Ich mache einen Kuchen für den Geburtstag. Ich kaufe das Geschenk für meine Schwester. Ich kaufe das Geschenk für meine Schwester. Ich lerne in der Universität. Ich trage ein schwarzes Kleid. Ich trage ein schwarzes Kleid. Er macht Musik mit seiner Gitarre. Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? Ich werfe den Müll in den Mülleimer. Kann ich hier grillen? Kann ich hier grillen? Ich steige in den Aufzug. Ich bringe das Essen auf den Tisch. Ich bringe das Essen auf den Tisch. Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Ich gehe durch den Park. Ich gehe durch den Park. Als er sagt dann, was ist das Ding. Kann ich hier klang wegen dessen? Kann ich hier Geld wechseln? Kann ich hier Geld wechseln? Wo kann ich einen Arzt finden? Wo kann ich einen Arzt finden? Wir machen Fotos im Urlaub. Ich gehe in den Park mit meinen Freunden. Ich gehe in den Park mit meinen Freunden. Wo ist der nächste Kinderspielplatz? Wo ist der nächste Kinderspielplatz? Ich lege das Geld auf den Tisch. Ich lege das Geld auf den Tisch. Ich arbeite am Schreibtisch. Sie macht einen Fehler. Ich putze das Fenster mit dem Lappen. Ich putze das Fenster mit dem Lappen. Mein Bein tut weh. Mein Bein tut weh. Ich esse in der Cafeteria. Ich lege die Kleidung in den Schrank. Ich lege die Kleidung in den Schrank. Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Ich schreibe einen Brief auf dem Computer. Ich schreibe einen Brief auf dem Computer. Ich hänge das Bild an die Wand. Ich laufe den Weg entlang. Ich laufe den Weg entlang. Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? Ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Ich mache eine Pause im Park. Ich mache eine Pause im Park. Ich stelle den Laptop auf den Schreibtisch. Mein Vater fährt das Auto zur Arbeit. Mein Vater fährt das Auto zur Arbeit. Wo kann ich mein Handy aufladen? Wo kann ich mein Handy aufladen? Ich setze mich auf die Bank. Ich setze mich auf die Bank. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich lege die Bücher in die Tasche. Ich lege die Bücher in die Tasche. Ich trage eine Mütze im Winter. Ich arbeite in der Bank. Ich arbeite in der Bank. Das Schiff fährt den Fluss entlang. Das Schiff fährt den Fluss entlang. Wo ist das nächste Internetcafé? Wo ist das nächste Internetcafé? Sie macht sich bereit für die Arbeit. Sie macht sich bereit für die Arbeit. Gibt es in der Nähe ein Café? Kann ich hier einen Kinderwagen ausleihen? Kann ich hier einen Kinderwagen ausleihen? Ich reise ins Ausland. Ich reise ins Ausland. Ich packe die Geschenke in den Karton. Ich packe die Geschenke in den Karton. Wo ist der nächste Friseursalon? Wo ist der nächste Friseursalon? Ich mache eine Suppe zum Abendessen. Ich mache eine Suppe zum Abendessen. Ich trinke den Saft ohne Zucker. Ich trinke den Saft ohne Zucker. Sie schreibt einen Brief. Mein Bruder geht zur Schule. Mein Bruder geht zur Schule. Ich lege die Decke auf das Bett. Ich lege die Decke auf das Bett. Ich putze das Auto mit dem Schwamm. Ich putze das Auto mit dem Schwamm. Sie macht eine Pause in der Cafeteria. Sie macht eine Pause in der Cafeteria. Wo kann ich eine Fundsache abgeben? Wo kann ich eine Fundsache abgeben? Wir gehen in den Wald. Wir gehen in den Wald. Mein Vater liest die Zeitung. Mein Vater liest die Zeitung. Ich arbeite in einem Laden. Ich werfe den Apfel gegen den Baum. Ich werfe den Apfel gegen den Baum. Darf ich hier rauchen? Darf ich hier rauchen? Sie macht einen Termin beim Friseur. Ich fahre um die Insel. Mein Freund besucht mich. Mein Freund besucht mich. Wir gehen ins Schwimmbad. Wir gehen ins Schwimmbad. Die Miete für die Wohnung ist zu hoch. Die Miete für die Wohnung ist zu hoch. Ich mache einen Spaziergang im Park. Ich mache einen Spaziergang im Park. Er arbeitet von Montag bis Freitag. Er arbeitet von Montag bis Freitag. Wie spät öffnet die Polizeistation? Wir hören leise Musik. Wir hören leise Musik. Sie besucht oft den Park. Sie besucht oft den Park. Können Sie mir helfen? Ich habe mein Portemonnaie verloren. Wir reservieren einen Tisch für zwei Personen. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Und wo ist der nächste Schuhladen? Wo ist der nächste Schuhladen? Wo finde ich einen Parkplatz? Sie fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit ohne Helm. Ich trage das Baby durch das Zimmer. Ich trage das Baby durch das Zimmer. Sie trinkt eine Tasse Kaffee. Sie trinkt eine Tasse Kaffee. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Wo ist der nächste Geldautomat? Wo ist der nächste Geldautomat? Wir verlassen das Haus ohne Regenschirm. Wir verlassen das Haus ohne Regenschirm. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich besuche meine Großeltern. Ich mache Sport. Ich mache Sport. Sie macht Kaffee zum Frühstück. Sie macht Kaffee zum Frühstück. Ich schreibe einen Brief für meine Oma. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Wir hören die Vögel singen. Wir hören die Vögel singen. Ich lege das Buch auf das Regal. Ich lege das Buch auf das Regal. Kann ich hier eine Anzeige erstatten? Kann ich hier eine Anzeige erstatten? Ich habe meinen Führerschein verloren. Ich habe meinen Führerschein verloren. Ein Auto ist gegen einen Baum gefahren. Ich muss auf den nächsten Zug warten. Ich muss auf den nächsten Zug warten. Mein Bruder geht ins Kino. Ich treffe meine Freunde um 20 Uhr. Ich muss einen Diebstahl melden. Ich muss einen Diebstahl melden. Ich reise mit dem Zug. Wo kann ich parken? Ich gehe die Treppe hinunter. Ich gehe die Treppe hinunter. Wir essen Pizza zum Abendessen. Wir essen Pizza zum Abendessen. Sie isst ein Sandwich zum Mittagessen. Ich esse die Suppe ohne Salz. Ich esse die Suppe ohne Salz. Ich habe mein Handy verloren. Ich habe mein Handy verloren. Ich esse in einem Café. Ich habe einen Unfall gesehen. Ich habe einen Unfall gesehen. Ich gehe durch den Wald. Ich gehe durch den Wald. Mein Vater geht zur Arbeit. Mein Vater geht zur Arbeit. Ich mache eine Pause. Ich mache eine Pause. Wir trinken Milch zum Frühstück. Wir trinken Milch zum Frühstück. Ich fahre durch das Dorf. Ich fahre durch das Dorf. Sie trägt eine Brille zum Lesen. Sie trägt eine Brille zum Lesen. Ich gehe in ein Juweliergeschäft in der Stadt. Ich gehe in ein Juweliergeschäft in der Stadt. Mein Bruder macht die Hausaufgaben. Mein Bruder macht die Hausaufgaben. Sie trägt ein rotes Kleid zur Party. Ich putze das Auto. Ich laufe um den See. Ich laufe um den See. Das ist ein schöner Tag im Sommer. Das ist ein schöner Tag im Sommer. Ich esse in meinem Zimmer. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Ich sehe fern am Abend. Wir gehen oft zum Spielplatz. Wir gehen oft zum Spielplatz. Ich trinke Kaffee am Morgen. Ich trinke Kaffee am Morgen. Ich schiebe meine Karte in den Schlitz. Ich putze mein Auto am Wochenende. Ich putze mein Auto am Wochenende. Ich reise gerne ans Meer im Urlaub. Ich reise gerne ans Meer im Urlaub. Ich sehe Sterne am Himmel in der Nacht. Ich sehe Sterne am Himmel in der Nacht. Ich stehe um Mitternacht auf. Ich stehe um Mitternacht auf. Gibt es hier WLAN? Gibt es hier WLAN? Sie macht einen Termin beim Arzt. Sie macht einen Termin beim Arzt. Er macht das Bett jeden Morgen. Er macht das Bett jeden Morgen. Meine Zähne tun weh. Meine Zähne tun weh. Ich warte vor dem Restaurant. Ich lege die Zeitung auf den Stuhl. Ich lege die Zeitung auf den Stuhl. Wir gehen auf einen Spaziergang. Wir gehen auf einen Spaziergang. Ich laufe im Park. Ich laufe im Park. Kann ich hier mein Auto waschen? Kann ich hier mein Auto waschen? Sie läuft zur Schule ohne Rucksack. Ich bin gegen das Rauchen. Ich bin gegen das Rauchen. Ich sitze auf der Bank im Garten. Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ich verlasse das Büro um Mitternacht. Ich verlasse das Büro um Mitternacht. Kann ich hier mein Fahrrad parken? Kann ich hier mein Fahrrad parken? Ich spiele mit meinem Handy. Ich spiele mit meinem Handy. Ich gehe zum Arzt. Ich laufe den Fluss entlang. Ich laufe den Fluss entlang. Wir machen einen Ausflug ans Meer. Wir machen einen Ausflug ans Meer. Ich brauche einen Dolmetscher. Ich brauche einen Dolmetscher. Ich gehe durch den Flur. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Wir gehen im Supermarkt einkaufen. Wir gehen im Supermarkt einkaufen. Ich koche das Abendessen ohne Salz. Ich koche das Abendessen ohne Salz. Mein Vater macht das Frühstück. Mein Vater macht das Frühstück. Ich gehe in die Kirche. Ich gehe in die Kirche. Ich mache einen Kuchen für den Geburtstag. Ich mache einen Kuchen für den Geburtstag. Ich kaufe das Geschenk für meine Schwester. Ich kaufe das Geschenk für meine Schwester. Ich lerne in der Universität. Ich trage ein schwarzes Kleid. Ich trage ein schwarzes Kleid. Er macht Musik mit seiner Gitarre. Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? Ich werfe den Müll in den Mülleimer. Kann ich hier grillen? Kann ich hier grillen? Ich steige in den Aufzug. Ich steige in den Aufzug. Ich bringe das Essen auf den Tisch. Ich bringe das Essen auf den Tisch. Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Wo kann ich einen Regenschirm kaufen? Ich gehe durch den Park. Ich gehe durch den Park. Kann ich hier Geld wechseln? Kann ich hier Geld wechseln? Wo kann ich einen Arzt finden? Wir machen Fotos im Urlaub. Wir machen Fotos im Urlaub. Ich gehe in den Park mit meinen Freunden. Ich gehe in den Park mit meinen Freunden. Wo ist der nächste Kinderspielplatz? Wo ist der nächste Kinderspielplatz? Ich lege das Geld auf den Tisch. Ich lege das Geld auf den Tisch. Ich arbeite am Schreibtisch. Ich arbeite am Schreibtisch. Sie macht einen Fehler. Sie macht einen Fehler. Ich putze das Fenster mit dem Lappen. Mein Bein tut weh. Ich esse in der Cafeteria. Ich lege die Kleidung in den Schrank. Ich lege die Kleidung in den Schrank. Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Ich schreibe einen Brief auf dem Computer. Ich schreibe einen Brief auf dem Computer. Ich hänge das Bild an die Wand. Ich laufe den Weg entlang. Ich laufe den Weg entlang. Wo ist die nächste Tankstelle? Wo ist die nächste Tankstelle? Ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Ich fahre mit dem Zug zur Arbeit. Ich mache eine Pause im Park. Ich mache eine Pause im Park. Ich stelle den Laptop auf den Schreibtisch. Mein Vater fährt das Auto zur Arbeit. Mein Vater fährt das Auto zur Arbeit. Wo kann ich mein Handy aufladen? Wo kann ich mein Handy aufladen? Ich setze mich auf die Bank. Ich setze mich auf die Bank. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich lege die Bücher in die Tasche. Ich lege die Bücher in die Tasche. Ich trage eine Mütze im Winter. Ich trage eine Mütze im Winter. Ich arbeite in der Bank. Ich arbeite in der Bank. Das Schiff fährt den Fluss entlang. Das Schiff fährt den Fluss entlang. Wo ist das nächste Internetcafé? Sie macht sich bereit für die Arbeit. Gibt es in der Nähe ein Kaffee? Gibt es in der Nähe ein Kaffee? Kann ich hier einen Kinderwagen ausleihen? Kann ich hier einen Kinderwagen ausleihen? Ich reise ins Ausland. Ich reise ins Ausland. Ich packe die Geschenke in den Karton. Ich packe die Geschenke in den Karton. Wo ist der nächste Friseursalon? Wo ist der nächste Friseursalon? Ich mache eine Suppe zum Abendessen. Ich mache eine Suppe zum Abendessen. Ich trinke den Saft ohne Zucker. Ich trinke den Saft ohne Zucker. Sie schreibt einen Brief. Mein Bruder geht zur Schule. Mein Bruder geht zur Schule. Ich lege die Decke auf das Bett. Ich lege die Decke auf das Bett. Ich putze das Auto mit dem Schwamm. Ich putze das Auto mit dem Schwamm. Sie macht eine Pause in der Cafeteria. Sie macht eine Pause in der Cafeteria. Wo kann ich eine Fundsache abgeben? Wo kann ich eine Fundsache abgeben? Wir gehen in den Wald. Wir gehen in den Wald. Mein Vater liest die Zeitung. Mein Vater liest die Zeitung. Ich arbeite in einem Laden. Ich werfe den Apfel gegen den Baum. Ich werfe den Apfel gegen den Baum. Darf ich hier rauchen? Darf ich hier rauchen? Sie macht einen Termin beim Friseur. Ich fahre um die Insel. Mein Freund besucht mich. Mein Freund besucht mich. Wir gehen ins Schwimmbad. Wir gehen ins Schwimmbad. Die Miete für die Wohnung ist zu hoch. Die Miete für die Wohnung ist zu hoch. Ich mache einen Spaziergang im Park. Ich mache einen Spaziergang im Park. Er arbeitet von Montag bis Freitag. Er arbeitet von Montag bis Freitag. Wie spät öffnet die Polizeistation? Wir hören leise Musik. Wir hören leise Musik. Sie besucht oft den Park. Sie besucht oft den Park. Können Sie mir helfen? Ich habe mein Portemonnaie verloren. Wir reservieren einen Tisch für zwei Personen. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Und wo ist der nächste Schuhladen? Wo ist der nächste Schuhladen? Wo finde ich einen Parkplatz? Sie fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit ohne Helm. Ich trage das Baby durch das Zimmer. Ich trage das Baby durch das Zimmer. Sie trinkt eine Tasse Kaffee. Sie trinkt eine Tasse Kaffee. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Er macht sich Sorgen um seine Gesundheit. Wo ist der nächste Geldautomat? Wo ist der nächste Geldautomat? Wir verlassen das Haus ohne Regenschirm. Wir verlassen das Haus ohne Regenschirm. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich besuche meine Großeltern. Ich mache Sport. Sie macht Kaffee zum Frühstück. Sie macht Kaffee zum Frühstück. Ich schreibe einen Brief für meine Oma. Ich schreibe einen Brief für meine Oma. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich mache meine Hausaufgaben. Wir hören die Vögel singen. Wir hören die Vögel singen. Ich lege das Buch auf das Regal. Ich lege das Buch auf das Regal. Kann ich hier eine Anzeige erstatten? Kann ich hier eine Anzeige erstatten? Ich habe meinen Führerschein verloren. Ein Auto ist gegen einen Baum gefahren. Ich muss auf den nächsten Zug warten. Ich muss auf den nächsten Zug warten. Mein Bruder geht ins Kino. Mein Bruder geht ins Kino. Ich treffe meine Freunde um 20 Uhr. Ich treffe meine Freunde um 20 Uhr. Ich muss einen Diebstahl melden. Ich muss einen Diebstahl melden. Ich reise mit dem Zug. Ich reise mit dem Zug. Wo kann ich parken? Wo kann ich parken? Ich gehe die Treppe hinunter. Ich gehe die Treppe hinunter. Wir essen Pizza zum Abendessen. Wir essen Pizza zum Abendessen. Sie isst ein Sandwich zum Mittagessen. Ich esse die Suppe ohne Salz. Ich esse die Suppe ohne Salz. Ich habe mein Handy verloren. Ich habe mein Handy verloren. Ich esse in einem Café. Ich habe einen Unfall gesehen. Ich habe einen Unfall gesehen. Ich gehe durch den Wald. Mein Vater geht zur Arbeit. Mein Vater geht zur Arbeit. Ich mache eine Pause. Ich mache eine Pause. Wir trinken Milch zum Frühstück. Wir trinken Milch zum Frühstück. Ich fahre durch das Dorf. Ich fahre durch das Dorf. Sie trägt eine Brille zum Lesen. Ich gehe in ein Juweliergeschäft in der Stadt. Ich gehe in ein Juweliergeschäft in der Stadt. Mein Bruder macht die Hausaufgaben. Mein Bruder macht die Hausaufgaben. Sie trägt ein rotes Kleid zur Party. Ich putze das Auto. Ich laufe um den See. Ich laufe um den See. Das ist ein schöner Tag im Sommer. Das ist ein schöner Tag im Sommer. Ich esse in meinem Zimmer. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Ich sehe fern am Abend. Ich sehe fern am Abend. Wir gehen oft zum Spielplatz. Wir gehen oft zum Spielplatz. Ich trinke Kaffee am Morgen. Ich trinke Kaffee am Morgen. Ich schiebe meine Karte in den Schlitz. Ich putze mein Auto am Wochenende. Ich reise gerne ans Meer im Urlaub. Ich sehe Sterne am Himmel in der Nacht. Ich sehe Sterne am Himmel in der Nacht. Ich schiebe meine Karte in der Nacht. Ich schiebe meine Karte in der Nacht. Ich schiebe meine Karte,